moin moin und hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge mampfen und bewerten heute mit dem honey barbecue king von burger king der sieht ja schon mal richtig schön honey mäßig aus es ist ein recht kompakter burger wie wir hier schon sehen können aber das soll ja nichts heißen erst mal auf die waage mit dem jungen da sehen wir dass dieser burger 210 gramm auf die waage bekommt was 205 entschuldigung 210 210 gramm was sagt bergen dazu herzhaft nein süß oder doch lieber herzhaft du musst dich nicht entscheiden es geht auch beides probier den honey barbecue king mit doppelt flame grilled beef extra knuspriger gebratenen schwiebeln und würziger süßer honey barbecue soße nur für kurze zeit deshalb gibt es den scheinbar auch gerade nur im king deal für zwei euro wenn ihr den in euch aufgenommen habt dann habt ihr auch gleichzeitig 466 kilo kalorien aufgenommen uiuiui für so einen kleinen burger viele kalorien aber viele kalorien bedeuten auch manchmal leckerei das sind 1.943 kilojoule 27 gramm fett davon gesättigt 9,3 kohlenhydrate 32,7 gramm davon zucker 7,2 eiweiß 21,3 gramm salz 1,5 und das ding es schmeckt wirklich wundervoll wirklich toller burger man hat eine kreation aus wirklich sehr guten leckeren zutaten gefunden knackig frischer salat saftiges tomatchen und es geht noch weiter man hat zwei leckere beef teile ein leckeres bun und dann diese leckere barbecue honey soße die wie gesagt eine süße note hat aber gleichzeitig auch eine salzige hat herzhaft und süß passen einfach super zusammen und wenn der burger etwas größer wäre dann würde ich ein zehner draus machen in dem fall weil er so ein kleiner habser ist und doch so viel kalorien mit sich bringt machen wir neun von zehn punkten für diesen honey barbecue king der wirklich meines erachtens ins programm aufgenommen werden sollte denn er schmeckt wirklich hinreißend lecker herzhaft doch süß man weiß es nicht es ist auch egal es schmeckt einfach super sehr leckerer burger damit sage ich vielen dank fürs zufahren bitte abonniert euch gib mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal zun zun